Der Leiter, wer ist denn hier gestorben? Oh shit! Und? Auf jeden Fall ein Mann! Hand ist nicht so wichtig! Die ist Nummer 1, das hilft mir nicht viel! Officer 1, kann ich sie irgendwie anders nennen? Fernandes, Fernandes! Ah, Fernandes, das hilft mir eher! Ich wollte sie fragen, ob sie vielleicht irgendwie Akku dabei haben oder Droh? No, 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 no! Damit haben wir nichts zu tun! Haben sie... Herr McCain ist alles gut? Haben sie gerade auf das Auto ejakuliert? Guckt weg, beide! Ich habe nichts gesehen, aber tun sie uns nichts! Gar nichts gesehen! Ich habe nichts gesehen! Gar nichts! Einmal umdrehen! Einmal umdrehen! Einmal umdrehen! 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 Sagen, dass das Auto geil ist! Welches? Das Rot-Weiße? Das ist total geil! Nein! Wir sehen die neuen Dienstfahrzeugs! Ja, das ist mein Dienstfahrzeug! Ich kann das noch nicht beurteilen, bis ich denn gefahren bin! Nette Versuch! Lass mich raten! Du bist der Freund von Toro? Aha! Wie lange seid ihr schon zusammen? Drei Jahre etwa! Ja! Oh, geht das noch? Hab dich kennengelernt? Vom Knast? Aha! Ja, dann ruf den Arceles, Mann! Also bist du derjenige, der die Seife aufgeht? Ja, hier diese Pennies anrufen, Mann! Das Warto! Pendejo! Warto kann doch jetzt nicht noch jünger aussehen, als früher! Ja, dann ruf den Arcelin in der Garage, Alter! Ja, du hättest geradeaus fahren können! Ja, sagt keiner was von euch! Ja, wer sagt denn, dass du abbiegen sollst? Wenn keiner was sagt, fahrst du geradeaus! Hast du eben nicht zugehört! Ne, links! Du hast gesagt, wenn keiner was sagt, geradeaus! Wir können gerne, hätte ich gesagt, ich hab ungefähr 16 Kamer auf seinem Konto! Was ist das? Sag nicht, du hast keinen... Sag nicht, dein Tank ist left! Nein! Nein! Was machen wir denn jetzt? Ey, Hilfe! Hilfe! Dann verbiss dich halt! Guck, seine Freundin helfe! Hey, von wegen! Pentejos! Warto, mach mal was für dein Geld! Was denn? Ja, mach mal den Anhalter! Ich weiß, dass du das kannst! Anhalten! Halt an jetzt! Halt an! Wenn wir deine Hose machen, amigo, du musst deine Hose aus! Achso? Oh, Entschuldigung! Natürlich, weg mit den Hosen! Zack! See! Benji, was läuft? Anhalten! Achso, ja warte, ich komme! So, ist das ein Durchfall oder was? Johnny, was geht ab? Benzin! Steh! Ich hab geguckt! AJ! Hä? Ich kenn dich nicht besonders gut, aber magst du mir deine Freundin vorstellen? Hey! Hey! Das den Warto! Warto! Das den Liv! Hallo! Ich bin verlobt! Also, sorry! Das ist völlig in Ordnung für mich! Hä? Was? Was denn? Nicht, dass du auf andere Ideen kommst! No! Ich find das super! Ich mag deine direkten Zeit! Achso! Das kann einem viel Zeit und Kummer sparen! Deswegen... Danke! Kein Interesse! Aber ich mag dich trotzdem vielleicht! Hä? Die erste Person, die mich mag, man! Unter Umständen! AJ, pass auf! Und was dann? Der beißt! Ah! Was? No! 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 Oh, wow! Oh, oh, oh! Ja, Alex! Mach den das öfter! Sie hat meinen Pfannkuchen geklaut! Oh! Also, eigentlich deinen Pfannkuchen! Ich muss nehmen den Pfannkuchen, den! Ist hier jemand runtergesprungen? Oh, sie! Ich hab nicht geschubst, ich weiß! Giga! Du hast meinen Pfannkuchen! Was? Du hast ihren Pfannkuchen! Gib den her! Gib mir meinen Pfannkuchen! Warte, ich muss doch mal runterspringen! Da unten ist er! Oh nein! Oh nein! Warte, ich hol ihn! Was ist mit ihr? Ich hab ihn! Was passiert denn hier? Hier ist dein Pfannkuchen! Ich werf ihn hoch, okay? Schmeißt du die Frau da runter? Nein, 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 nein! Ich mach das! Wir wollen den Wurf los! Also noch können wir euch decken, ne? Aber macht es nicht zu oft! 5.000 Dollar will ich, dann deck ich euch! Weil sie Bescheid wartet! Natürlich! Ich hab nichts mit dem Pfannkuchen zu tun! Ich guck immer auf den Straßen! Das macht einen vorsichtigen Pfadern so! Immer auf den Straßen gucken, ne? Ja! Hi Maia! Hi! Oh! Au! Au! Was war das? Hast du das gesehen? Ich hab nicht auf die Straße geguckt! Achso! Hi! Wie? Hä? Ich glaub der Pfeiler hat dich getreten! Welchen... Welchen... Pfeiler? Da vorne der kaputt ist! Oh! Okay! Aggressiv! Die treten manchmal aus und in die Autos rein! Ähm... Okay! Alles in Ordnung, Maia! Richtig anschieben! Das ist... Ja! Ist es nur ein Kratzer! Hä? Ich trage wetterfeste Kleidung! Wollte ich nur Bescheid geben! Du trägst wetterfeste Kleidung! Für welchen Wetter ist denn fest? Gegen Regen! Gegen Regen! Gegen Regen! Regnet? Ja! Bist du sicher? Punktuelle Feuchtigkeit, ja! Punktuelle Feuchtigkeit! Welchen Punkten genau? Mal hier, mal da vor mir hinter mir! Uh! Hi! Hä? Hä? Was? Hi! Hi! Na und sonst wie geht es dir abgesehen davon, dass es scheinbar am Regnen ist? Hände hoch! Oh! 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 Ich bin gar nicht hier! Ich äh... hab nix gesehen! Machst du da? Machst du mich nach? No! Den Flamingo? Ich mach mich den Flamingo! Wo hast du denn die Tischdecke her, Amigo? Von nem Tisch? Da gibt es auch so kleine Restaurants, die haben draußen so Tische und ich habe mir eine Decke mitgenommen. WasName hombres mit ihrem阿? Au 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 Fahrn das gerad Biker? WasNachtHintin? Hast du gesehen? Ich habe Asphalt gesehen und es tut wech Ja dreh mal um und guck mal ob da Biker Ich habe keine Ahnung wo mein Auto ist In den schwersten Fischfangs hast du 10.000 Ja, in den schwersten Fischfangs Also ich bin quasi Profiangler Ja siehste, dann hast du gute Chancen Schon von klein auf angel ich nach Senoritas Ja das ist schwerer als Fischling zu angeln Aber solltest du ja guter Profi trainen Dann müsstest du einmal Karte durchziehen Dann würde ich das so eintragen Na gut Hi Kitty Hallo Wartum Achso da vorne ist Polizei Da vorne ist Polizei Ach du Scheiße Das sieht man an Da vorne ist Monter, ich hab ihn ausgelacht Hi Kitty Hi Wartum Hey warum machen wir denn? Der guckt dich jedes Mal an Wenn er sagt Hi Kitty Si, dann guckst du freundlich zurück Hi Kitty Ey Ey Ist du blind? Bitte Ach Kitty schön dass du da bist Ja ich freue mich auch total Bleib ruhig sitzen wir machen das hier schon Ich wollte grad fragen ob ich irgendwie helfen kann Nein leider nicht Alles gut Ne du bist krank Nur ob ich aussehen und fleißig zugucken Ha? Ehrlich Ja ich mach das dann fleißig Ach echt? Ja ein bisschen Das ist mir noch gar nicht aufgefallen Und denk dran du musst deine Wutbälle für Vato bereithalten Ja Meine was? Deine Wutbälle Deine Wutbälle Warum? Falls ich wutend bin musst du mich hüten ha? Aufpassen dass ich nicht komplett eskaliere Und dann soll ich dich mit Bällen abwerfen Ja du sollst mir deine Wutbälle zur Verfügung stellen Damit ich mich anreagieren kann Du sollst mir die zur Verfügung stellen Ich glaub ich geh zu Fuß weiter Und ich brauch mal ein Tequila Ne ne jetzt hier jetzt geht es weiter amigo ich sehe gar nichts was meinst du hallo Alexa macht das Licht aus